Dieser schicke Ford Tourneo Titanium als Acht-Sitzer könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Autohaus Wiesmann. Der Euro 6 Diesel mit AdBlue Technik erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Schiebetüren links und rechts erleichtern den Einstieg. Die hinteren Scheiben sind abgedunkelt. Das sieht schick aus und lässt sich so nicht draußen. Alufelgen unterstreichen den luxuriösen Charakter des Fragens. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Tourneo schützt Sie rundum mit ESP, Airbags, Nebellampen vorne, der heizbaren Frontscheibe und der Müdigkeitswarner. Die Klimaanlage vorne und hinten sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch ein Kommunikationssystem SYNC 3 mit Android Auto und CarPlay. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlung am Preis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Tourneo Titanium als 8 Sitze und seiner umfangreichen Ausstattung, wenn Sie immer viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen 2 Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wismar freut sich auf Sie.